Herzlich willkommen bei «Das Ende Geld»! Einen schönen Abend. Eins der grössten Risiken beim Investieren sind wir selber. Statt konsequente Strategien zu verfolgen, reagiert man als Anlegerin und Anleger oft emotional und macht so fatale Fehler. Wie stark die Börsen emotional getrieben werden, hat auch der Absturz der CS-Aktien vor der Notübernahme durch die UBS im März gezeigt. Und wenn die Märkte einbrechen, stösst man seine Wertschrift nicht selten aus Angst zu einem schlechten Zeitpunkt ab. So ging es vielen im letzten Jahr, wo es sowohl bei den Aktien als auch bei den Obligationen phaserweise zu einem massiven Rückschlag kam. Diese Kombination hat viele Anleger stark verunsichert und einige verleiht lassen, ihre Fonds, Aktien und andere Wertschriften abzustossen, obwohl sie eigentlich eine langfristig ausgerichtete Anlagestrategie verfolgt haben. Im Geld zeigen wir heute, warum Anlagen, Entscheide und Emotionen getrennt werden sollten und wie man auch in heiklen Börsenfasen seine Gefühle im Griff behalten. Ich begrüsse jetzt Andrea Romer, Kundenberaterin im Private Banking bei der Acrevis Bank. Ja, gerade der Crash bei der CS-Aktien noch im März zeigt, wie irrationale Börsen plötzlich reagieren können, wie es plötzlich dann emotional auch eben backab geht. Wie gehen Sie selber mit Ängst um, wenn es eben an den Finanzmärkten sehr turbulent zu und her geht? Es hilft sicher sehr, wenn man sich breit über das entsprechende Ereignis informiert. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass ein verfrühter Ausstieg so richtig ins Geld gehen kann. Man steigt dann an einem ziemlich tiefen Zeitpunkt aus und getraut sich erst wieder zu investieren, wenn die Aktienmärkte schon eine rechte Erholung hingelegt haben. Entsprechend verliert man mit dem Ausstieg und ist dann eben nicht investiert, wenn es wieder durchgehechte. Anlageentscheidend sollte man möglichst auf rationalen Grundlagen fehlen. Welche Kriterien helfen einem dabei? Am einfachsten ist es, wenn man für sich mal eine Grundstrategie festlegen und dann möglichst versucht, nicht davon abzuweichen. Also das heisst, wenn die Märkte gut läuft und gefühlt, dass alles nur nach oben geht, dass man dann auch nicht unnötige Risiken dort eingehen kann. Und dafür im Gegenzug, wenn die Märkte eben mal nicht so gut laufen, dass man dann aber auch nicht verfrühter Verkäufe tätigt. Wie behaltet man dann seine Emotionen, gerade auch in turbulenten Märkten, trotz allem im Griff? Es ist wichtig, dass man sich die persönliche Strategie immer vor Augen hält und eben versucht, möglichst rational auch zu bleiben. Das ist jetzt natürlich sehr einfach gesagt, wenn in der Praxis am turbulenten Börsentag eher schwierig zu umsetzen. Darum lieber dann einmal mehr mit den Banken Kontakt aufnehmen, gewisse Sorgen, Ängste und die Wirtschaftslage diskutieren, bevor man einfach verfrühte Verkäufe macht. Ein schlechter Ratgeber ist beim Geldanlegen die Spontanität. Kurzfristig entscheiden braucht es nur, wenn man an der Börse spekulativ handelt. Für Privatanleger geht dabei die Rechnung aber nur selten und oft nur mit viel Glück auf. Mehr Erfolg verspricht eine langfristig ausgerichtete Strategie, die die eigenen Lebensumstände, die persönliche Risikofähigkeit und den Anlagehorizont genügend berücksichtigen. Wichtig ist dabei aber, dass man an seiner Strategie festhält, auch wenn Gehörs seitenweise nicht in die Erhoffte richtig zeigt. Funktionieren tut das allerdings eben nur, wenn auch die eigene Strategie wirklich wettertauglich ist. Wie kommt man zu dieser andere Strategie? Am besten sitzt man mit seinem Berater zusammen und definiert, wie viel Liquidität man für den Lebensunterhalt und für die Vorsorge braucht in den nächsten 1-3 Jahren. Und dann kann man anhand eines Anlegerprofil definieren, wie dynamisch die Anlagen sein sollen, damit man, wie es so schön heisst, auch noch in Ruhe schlafen kann. Allerdings können sich die Rahmenbedingungen stark verändern. Wir haben das z.B. mit den stark steigenden Zinsen gesehen, wo plötzlich neue Rahmenbedingungen haben. Oder eben auch die persönlichen Lebensumstände können sich stark verändern. Wann ist es Zeit, die eigene Strategie zu überdenken? So eine Strategie muss man natürlich immer mal wieder anschauen. Wenn man regelmässig auf die Bank geht und seinen Berater oder die Beraterin trifft, kann man das gerade bis zu einem Auffrischungsgespräch machen. Wenn man aber auch, oder sollte sich die Lebenssituation auch mal unerwartet ändern, darf man natürlich auch von sich aus die Bank kontaktieren und nachfragen, ob die Strategie noch so passt oder nicht. Man hat gesagt, man soll seiner Strategie möglichst treu bleiben. Ein klassisches Bauchgefühl ist beim Anlegen riskant. Soll man gar nicht so stark auf die Kurs der Wertschriften schauen? So jeden Tag? Sondern vielleicht manchmal einfach mal wegschauen und das auch etwas gehen lassen? Ja, das ist in der Tat manchmal eine gute Idee. Also gerade Leute, die fast täglich ins Depot schauen und Mühe haben, um rational zu bleiben, die schauen dann eben nicht die ganze Zeit rein. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, um den Anlagenentscheid mit Hilfe einer Vermögensverwaltung den Bank abzudelegieren. So hat man dann auch nicht das Risiko, dass man selber etwas verfrühte Sachen macht. Danke für die Tipps, Andrea Rohmer. Sie sind in vielen Schweizer Haushalten aktiv und leisten uns wertvolle Unterstützung. Babysitter, Putzpersonal oder Hilfskräfte für Gartenarbeit. Oft sind sie nur auf Stundenbasis tätig oder in Kleinstpensen aktiv. Häufig hat er vergessen, dass man diese Hilfskräfte versichern sollte. Wenn sich dann jemand verletzt, kann das nicht nur für die Direktbetroffenen, sondern auch für die, die ihre Hilfsdienste in Anspruch genommen haben, fatale Folgen haben. Wie muss man Babysitter, Putzpersonal und andere Hilfskräfte im Haushalt und Garten versichern? Wir bringen Antworten. Das nächste Mal wieder hier in der Sendung Gelb. Einen schönen Abend.